OTB haben wir eben schon gesehen, da gibt es mehrere Tanzgruppen und mehrere Sport- und Turngruppen. Zum Beispiel die Young Generation. Die folgende Gruppe des Oldenburger Turnerbundes ist ein Zeichen für die ganz hervorragende Jugendarbeit, die im Bereich Turnentanz und Showgymnastik beim OTB und natürlich auch in anderen Vereinen geleistet wird. In der Young Generation, da werden seit 2009 vor allem junge Talente gefördert und an akrobatische Grundformen und choreografische Abläufe vorsichtig und behutsam mit geschulten Übungsleiterinnen und Übungsleitern herangeführt. Und was dabei herauskommt, das kann sich sehen lassen. Zum Beispiel bei der ostfriesischen Turn- und Sportshow, dem Bundesfinale To You, Stars beim Rendezvous der Besten oder auch einfach hier und heute. Unter der Leitung von Manuel und Christiane Katz-Marzig erleben wir jetzt vom Oldenburger Turnerbund die Young Generation. Viel Vergnügen! What a genical cat! What a genical cat! 5, 6, 7, 8 6, 8, 8 Bis zum nächsten Mal. 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 Move it. ... 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